Ein Mietverhältnis über Räume kann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden. So, das reicht, Leute. Was ist eigentlich mit eurem Austauschüler-Gesendor? Was wollt ihr tun? Was gibt es denn für Sehenswürdigkeiten im Gast? Hm, hm, hm. Mir und Leitkirche? Nein. Seizier ihn hoch? Nein. Aber sagst du sie? Nein. Also, Nikolai-Kirche nicht? Seizier ihn hoch nicht? Sang-Suzili? Was wollt ihr dann? Hey, Leute, wie ist es mit dem Kletterwald in Potsdam? Ja, das ist eine gute Idee. Findet ihr den sehenswert? Ja, auf jeden Fall. Der Kletterwald Potsdam soll international bekannt werden. Da können wir mit unseren spanischen Austauschschülern hingehen. Nicht wahr, Senior Otto Warrichter? Ja, ja, wir wollen mit den Spaniern hoch hinaus. Also, Kletterwald! 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 Oh, hey! Hey! Bueno, gracias por vuestra atencion. Nos vemos el viernes. Adios! 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 Vielen Dank.